Vielen Dank. Du bist so ein Fotomodell. Sag einmal, hm? Ja, du bist so ein Fotomodell, hm? Für Weihnachten. Großartig, ja? Bravo, bravo. Soll ich mal klatschen? Genau, klatschen wir mal. Bravo, wuh! Vielleicht macht er das dann auch noch mal. Na, das ist schön. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal Foto machen? Ja, ja. So machen wir das, ne? Wir machen das gut. Genau. Hey. So. Ich war. 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 Okay. 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 Oh. Was kommt jetzt? Jetzt bin ich auch ganz gespannt, was du machst. Zeig mal. Lass mal sehen. Komm, zeig uns. Zeig uns. Ja, fein. Oh, wie schön. Hi. Hey. Wow. Oh, wie fein. Oh, wie schön. Bravo. Ja, du auch. Haben Sie sich da gekürzt? Nein, ich würde gerne mal mit dir kuscheln. Ich würde dich ja gerne mal berühren. Einfach mal wissen, wie dich das anfühlt. Ja. Einfach mal fühlen. Ja, sie macht das so anscheinend. Sie macht das so anscheinend. Sie macht den nicht anscheinend. Nee, Roppe! Ja! Mama, Kayla! Kayla, opa! Ja, ja, ja. Hi! Wie fein! Bravo! Ja, kommst du auch? Wow! Ja, bravo. Was macht ihr das bei ... Die ... Hallo! Hallo! Das ist ein kleiner Schild. Ich habe die ganzen Namen. Oh, oh, Baba. Die Kaffee sind noch nicht. Die sind da aufmessen. Ich sehe dich nicht. Ich kann es nicht. Moment. Da sind drei, vier Stufen. Hau da, Gelbe. Ja, voll cool, komm rüber. Aber ich kann nicht gehen. Die machen jetzt eine Konferenz. Wie heißt ihr das schon? Süße. Ja, ich sehe die. Ja, ich sehe die. Jähe. Ja. Ja, ich sehe die. Ja, ich sehe die. Kalifornische Seele